ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von gold simulator 3 lustige dinge let's play jo wir sind schon sehr weit wir müssen noch ein paar missionen machen gehen wir mal zum ersten fragezeichen praktizieren der seelenklemmen gut die eine quest oben drüber mit dem ausrufe zeichen die machen wir in einem live stream und ja genau hier in der nähe haben wir nichts aber da oben so ja das wollte ich jetzt nicht dankeschön aber als hast du mich aber ein bisschen etwas boah sind wir stark also nicht ich wollte nur den ring boxen reifen boxen reifen ring reifen ring oh sorry ich wollte dich auch nicht treten einfach nur jeden vier braun ok das geht aber ziemlich ab hier mit denen waren wir aber ja komm mal alles hey ok ok kommt einfach nicht raus schade ok und sie nichts müssen schade wo sind jetzt die bohlen hin ah die jams 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 in grün ja geht auch also hier sind wir am Ende näher ja weiter so seelenklar was müssen wir hier machen ins gebäude rein und dem kippe kippe Blöcke? Ah, das ist ein Psychiater. Blöcke mit den Blöcken. Das machen wir ja krass zähig, oder? Auch am meisten können wir, glaube ich, auch nur hinten sitzen. Na, noch mal. Hm. Hm. Nochmal. Ist ein bisschen schwieriger, lief's mal. Ähm, welche Taste hast du? Ach so, nicht. Wir haben das jetzt kaputt gemacht. Mann, die bloßen Nerven, die sind gar nicht mal so nützlich. Also schauen wir mal. Ja, den Zitter habe ich ja auch noch. Ja, aber ich möchte gerne wissen... Ja. Hat ein Stolke, ahnt nichts. Rühmte das hier und macht die Dax von uns. Warte los. Die kommt doch irgendwie blöd. Ja, so geht's dann. Also gehen wir einfach mal kurz weg und dann gehen wir wieder hin. Das ist ein bisschen kompliziert mit den Ultions. Das muss ich eigentlich ein bisschen besser erklären, was man genau machen muss. So. Sollte ich jetzt wieder aufgeräumt sein. Ja. Viel Spaß. Mit dem Abschliff. Ey. Ich hatte den Video. Gut. Ja. Also machen wir eine andere Mission. Die ist echt nicht gerade so selbsterklärend. Kurato. Ja. Moment. Hm. Ich muss mir jetzt nicht vorstellen, was das ist. Hier und der das zeigt. Nein, zurück. Ey, hallo. Nicht zurück. Das ist einfach falsch programmiert. Ja. Vorwärts, Mann. Wenn ich doch in die Richtung schaue, dann gehst du immer vorwärts und nicht rückwärts. Fuii. Boing. Ja. Ich weiß, dass dein Arsch weh macht. Und deine Fresse. Aber steh auf. Nein, du stehst auf. Oh. Oh. Meine Güte. Kann man die Steuerung einfach verholen. Ich muss nicht. Ich muss nicht mit dem Spül. Hä? Was ist denn das? Aha. Mit einer Gravity. So. Was muss ich machen? Stelle die Straßen wieder her. Restauriert. Dann muss ich da eine Sprühdose haben. Mit dem Rücken. Mit dem Rücken. Glaub ich nicht immer so etwas. Gummiewerfen. Auf Sand gewert. Schau mal, was die Ziege gräbt. Schau mal. Ähm. Ja, und wie? Ja, und wie soll ich jetzt das beschwungen? Oh. Die falsche Beschwungen. Nein, nein. Richtig doof gemacht manchmal. Kann man so etwas drauf kommen. Nur eine Graffiti da ist. Brauchen wir ein gewisses Heiden dafür. Wo finde ich das? Und dann auch die ganzen Sachen, die immer kommen. Das Spiel könnte tausendmal besser sein, wenn einfach so komische Sachen nicht passieren würden. Da muss ich dich entgegenwerfen. Das geht auch nicht. Und Fade hat immer auf die Seite stehen. Ähm. Aua. Also da brauchen wir ein gewisses Heiden dazu. Wo könnte so ein Heiden sein? Das muss doch in der Nähe sein. Ich habe nicht alle Items gefunden, scheinbar. Das müssen wir noch ein bisschen weiter suchen. Hier oben war doch ja nicht etwas. Oh. Da waren wir aber auch schon drin. Wo können wir jetzt zu irgendeinem Stromzahn noch nicht hin? Was sind diese Sachen, die hier drinnen sind? Was sind die nicht bedeuten? Was sind das Ding Spänen? Oder so? Imbryos. So krass. Die machen jetzt gerade nichts. Hier kann ja auch nichts drin sein. Wo ist das? Okay. Wir müssen noch ein bisschen strenger suchen. Ein paar Sachen sind einfach nicht gelösbar. Ohne dass wir das bestehende Samen. Natürlich diese Goldstatuen müssen wir auch immer entdecken. Deine Goldstatuen können unten rum sein. Das wäre aber nicht so viel hier an. Okay. Ich hoffe die bindet man während einer anderen Mission. Aber jetzt müssen wir kurz mal weiter gehen. Und zwar hätten wir noch hier Siegenturm. Siegenturm zu wollen. Okay. Es scheint da auch nichts mehr. Wenn wir hier hochgehen. Aber ja. Jo. Schade dass einfach nicht mehr so viel möglich ist. Das Game wird einfach nicht viel weiterentwickelt. Echt schade. Ich würde mindestens ein neues Gebiet oder so noch erwartet. Aber was sie werden machen ist einfach ein Beispiel. Sagen wir mal ein BSI für 15 Euro rausbringen. Nein. Machen sie lieber immer ständig ein neues Game. Nein. Ich suche jetzt einfach nur ein Auto. Aber scheinbar fährt einfach kein Auto. Schade. sometimes hier. Ich würde mich nicht mehr alleine da sehen. Ich würde mich. Ich würde mich hören. Ich würde mich. Also, wo ist der Zehentrum? Und hier müssen wir noch Goat-Statuen sammeln. Ein paar, die müssen irgendwo sein. Und noch ein Seiler. Sehr schön. Mit Ehre. Gut. Wunderbar. Ja, wo sind denn die Goat-Statuen? Es ist so ein kleines Gebiet, aber Goat-Statuen sind die Goat-Statuen. Okay. Wunderbar. Also eine Goat-Statue könnte hier oben sein. Vielleicht hier bei diesem Baum. Sonst haben wir keine Quests mehr. Nur zwei, die nicht lösbar sind und eine, die lang ist. Ja. 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 Was ist dieses Loch hier? Ähnliche Mutfeln. Nein. Ja. 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 Ich möchte jetzt mal kurz etwas ausprobieren, kurz einen Screenshot machen, weil es ziemlich lustig aussehen. So, gut. So, jetzt diesmal. So. Der war jetzt doppelt schnell. Ich möchte nur ins Leuch reisen. Nix mehr geht. Boah, wie weit sind wir? Ist noch mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Wenn man immer wieder etwas Gutes findet, das man einfach ausüben muss. Dann muss es irgendwie total brechen. Jetzt sind wir unter dem Baum. Es gibt nie gute Screenshots. Jetzt sind wir drinnen, oder? Man sieht noch nicht wie. Ja, gut. Boah. 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 So, wo ist das? Jetzt ist noch eine Goathe-Statue. Wo ist denn? Jesus. Wahnsinn. Ah, das ist eine Goathe-Statue. Ah, wir haben das Fanglas. Da könnte noch eine Goathe-Statue sein. Da könnte noch eine Goathe-Statue sein. Lol, der hockt hier oben. Ah, ja. Das ist nicht so schwer. So, vier von fünf. Noch eine. Die eine könnte echt da unten sein. Eine war doch noch im Wasserfall, aber die habe ich gewöhnt. Oh nein, nicht so weit runter. Ah. Habt ihr eine Goathe-Statue gefunden? Könnte aber auch ganz oben dort sein. Oder auf dem Turm. Auf einer mit der Spitze. Ja, das kann ich so tun. Wie? Wie das? Oh. Oh. Man, ich meine. Ein bisschen zu zutsch. So. Da unten. Oh. Oh, ja. Vielleicht dort irgendwo ganz einzeln suchen. Ich glaube wir müssen hin zu der Brick. Was machst du jetzt wieder hier? In diesen Abschlechtwagen. In diesem Part. Wir südeln in der Strasse. Dankeschön. Das muss ich mal kurz schauen. Im Wasserfall war einer gut. Die Goldsteige habe ich gesammelt. Und dann hier. Das ist nicht mehr gut. Oder eins weiter oben. Da war ich nicht mehr. Noch Masken ist nicht mehr. Ach Schwein du kannst mich nicht gut. Ganz oben am Wasserfall. Ach Schwein du bist echt nicht. Ich werde die jetzt noch weiter. Das ist perfekt. Die Ziga hat es irgendwie auch schwieriger. Und den Fisch natürlich. Die Ziga. Hier wurde was verlangt. Nichts drin. Und ja ich schlage auch nicht nach. Also wenn ich eine Goldstatue wirklich lange nicht finde. Dann vielleicht ja. Aber wir wollen es ja nicht zu leicht haben. Wir wollen es spaßig haben. Das kann man natürlich nicht machen. Wenn man alles suchen lässt. Oder findet. So. Du kannst manchmal. Da sind wenige. Losen. Und das sehen wir nur kurz. Sonst verpasst man ja noch. So. Und wo alles angucken. Also. So. So. Gehen wir mit dem Boot. Äh. So. 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 Jens 2.2. Ja, ich konnte mich retten. Vergründungspfad. Sicher der Hauptentwickler. Oh. Dingerweil. Mit denen haben wir keins. Also eine Goldstatue bringt uns ein bisschen ins Zweifeln, aber... Jo. Ich geh nochmal rund zum Jesus. Ja, das wird ja heftigste Schmerzen. Ich schrammle mich durch. Ich schrammle mich hier durch. Ich kriege mein Fett weg. Bis dann habe ich ganz gut abdrainiert, bis ich hier da komme. Okay. Weisst du, die ist auch zu fett. Ich guck jetzt... Nein, hier drin ist keine Goldstatue. Äh, wieso ist oben ein Loch, wenn es oben kein Loch gibt? Und... Logik. Also hier ist kein Loch. Hier oben ist eigentlich auch kein Loch, oder? Nein, nicht weg. Nein, nicht weg. Wie die sich bewegt. Mit der L. So. Okay. Sehr interessant. Das ist alles anders an dem Loch, oder? Woraus kann man nicht weg? Also wo ist jetzt dieses Loch, wie man es sieht? Ja, das ist kein Loch hier. Macht wieder keinen Sinn. Hm. Also zeig mir jetzt mal diese Goldstatue. Verzweifler noch. Irgendwo hier. Hier warten wir schon mal. Wir gehen jetzt hier rechts. Und hier. Okay. Aha. Kommt man doch mit dem Fisch rein. Gar nicht so kurz. Schade, hier ist doch nichts. Aha. Okay, hier auch nicht. Hä? Hä? Wo könnte ne Gutstadt-Tunnel sein? Auf einer, der Brücken hat... Also wir haben beide Brücken abgeschaut schon. Da sichern. Auf die Tasche. Rucksack, okay. Und du glitzt ein bisschen im Boden drin. Okay. Also manche Sachen sind viel zu schwer versteckt. Keine Hinweise. Das ist das Schwierigste, oder? Du kannst überall suchen. Ich weiss nicht wo genau. Es ist einfach alles. Unsinnig nachfragen. Okay. Such den Fisch. Die Entwickler sind einfach nur riesig. Die Entwickler sind einfach nur riesig. Okay. Hier ist doch keine Gutstadt. Und schon. Da war irgendwas Goldnuss. Ich habe gerade etwas Goldnuss gesehen. Binden wir die Goldstadt vorher noch? Loll. Was machst du, alte Frog? Das ist heftigst verrückt. Unter der Brücke haben wir aber auch schon geschlafen. Das ist hier ein Mensch. Ja, 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 ja. Wo ist die letzte Goldstrecke? Modem. Ich muss wirklich alles, die ganzen Krippen absuchen. Okay, gut. Ja, also das hättet ihr, also das hättet ihr fixen können. Nein. Also bitte lieber Entwickler. Was macht ihr eigentlich noch? Hier auch. Überall gibt es Krippenfehler. Also keine Texturenfalle. Hier auch. Aber keine Texturenfalle. Fallen, fallen, fallen. Wenn es hier drinnen wäre. Ich wäre verzweifelt. Ich habe ihn nie gefunden. Das ist ja Wahnsinn, wie ich schon einversteht. Also beim Leuchtturm waren wir auch. Da haben wir doch auch alles entdeckt. Aber nein. Boah. Die Alters weg. Aber sonst sind die Gooch-Statuen immer irgendwo. Das logisch wäre, das zu facken. Aber diese Gooch-Statue ich auch gar nicht. Gut. Boom. Dann gehen wir noch mal kurz zum Richtung. Hier drüben auch nicht, oder? Kann auch keine Gooch-Statue sein. Und sonst tue ich mal die Brücken noch absuchen. Tja. Sonst findet man halt so eine Gooch-Statue nicht. Hm. Also schwindel, schneller, hin, 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 hin. Aber diese Dingschance hat die eine Verweihung nicht. Da war nichts. Wind, 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 schneller. Ah, das ist so gut, dass wir noch die Brücken hatten. Nein, hier hatten wir auch schon mehrmals gebraucht. Das ist so gut. Nein, nein. Das ist so gut. Die Unde. Die Mal. Ich bin hier. Da ist so gut. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Die Möchtung. Die Möchtung. Hier unten auch nichts, hier vielleicht, Punkt. Hier sehe ich aber auch keine Goat-Statue. Ich habe Knuckles, ja, ich weiß. So. Es ist zu hier. Hier oben ist da auch nichts. Aber wenigstens noch. Jetzt muss ich die Giraffe wieder machen. Aber ohne anzumachen. Ich habe hier auf einmal auch wieder alles bekommen. Wieso ist jetzt alles verpixelt? Ich bin nicht verpixelt. Hier noch vergesst du nicht. Danke schön, aber darf ich hier auch? Mann, wenn man nicht hängen, hängen bleiben müsste. Ich kann mir die Giraffe ganz dir gar nichts machen. Danke schön, aber ich möchte noch mal kurz ganz nach oben. Okay, wir haben genug Zeit. Es ist wieder kein Trampolin. Aber es gibt gar kein Trampolin, um diese Gegend. Ach, zu wenig Koch. So Mist. Also, wie kommen wir noch mal so nach oben? Nein, du musst... Leit... Nein, wenn ich doch an die Leiter gehe. Genau, genau. Wie schön. Ja, ich komme wegen dem Vordach nicht hoch. So, nochmal so. Ich muss ja diese Goldstatue finden. Ist sie wirklich nicht irgendwo bei der Brücke? Da oben ist sie. Meine Güte, ist das schwer zu erkennen. Ah, wegen dem Boot. Okay. Ich habe sie gefunden. Wir müssen nicht mehr weitersuchen. Wow, hey. Wie soll da jemand raufkommen? Okay, wir haben alle in der Region. Das heisst, wir müssen hier ran. Hier brauchen wir noch 10 Stück. Wie groß ist die Gegend ist da oben? Hier brauchen wir noch 7 Stück. Hier brauchen wir noch... Oh, das ist doppelt so viel. 28 Stück. Und hier brauchen wir 14. 10. Und hier... 20. Ja, 20, okay. Jo. Dauert noch ein bisschen mit den Goldstatuen. Wir müssen ja noch... Zeitweise... Also das ist wirklich mit Abstand die schlimmste Goldstatue. Niemals überall hochgeschaut. Gut, haben wir die per Zufall gefunden. Weil ich eben gedacht habe, nicht dort unten irgendwo eine Goldstatue ist. Aber hier oben auf einem dieser... Ja... Bindesäulen... Gar nichts. Okay. Äh... Ja, ist ja... Dort eben, aber... Hätte ich nie geschaut. Gut. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich gucke euch auf den